Hallo liebe Zuschauer, seid gegrüßt zu Märkte und Trends am Morgen. Wir schauen uns heute Morgen die MicroStrategy, Meta, Microsoft, Brandöl und Robinhood an. Kurz vorweg in eigener Sache, falls euch unsere Videos, Handelsideen und Analysen gefallen, lasst doch ein Like da, teilt uns eure Meinung hier in dem Kommentarbereich zu den hier vorgestellten Werten mit, dann den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keins unserer Videos oder Livestreams mehr verpassen solltet. Ich begrüße bei mir im Studio das Experten-Team von Märkte und Trends, Andreas und Samir. Guten Morgen ihr beiden. Wunderschönen guten Morgen, Boris. Bonjour. Die MicroStrategy ist ja in den letzten Wochen in aller Munde gewesen, ist aber auch gestern ein bisschen unter die Räder gekommen, weil MicroStrategy Zahlen gebracht habt. Wie seht ihr das denn aktuell und was ist dabei rausgekommen? Ja, es ist das rausgekommen, was so oft rauskommt, wenn MicroStrategy Zahlen bringt, weil das ist ja aus dem originären Geschäftsverlauf heraus und noch sind sie ja ein Softwareunternehmen, das sich natürlich schwerpunktmäßig auf die Implizierung von Bitcoin-Software, in Anführungszeichen, also von Krypto-Software konzentriert hat, also um Unternehmen da in diese Richtung zu begleiten und die dann auch kryptofähig zu machen, mehr oder weniger. Und die Ergebnisse waren natürlich schlecht, sage ich mal. Also das Ergebnis pro Aktie minus 1,65 statt minus 0,12 und auch der Umsatz war geringer. Statt 121,45, wie erwartet, waren es 116. Das ist aber klar, weil der Michael Zeller ja auch angekündigt hat, dass sein Hauptgeschäft eigentlich ist, Bitcoins zu kaufen und zu verwalten. Und das haben wir auch schon gesagt, eine sozusagen so eine Art Bitcoin-Bank daraus zu machen. Dieses originäre Geschäft, was natürlich sie berichten müssen, weil sie dazu verpflichtet sind an der Börse, aber was eben nicht sehr viel von den Bitcoin-Geschichten beinhaltet, das ist natürlich, und das sehen wir öfters, wenn Michael Zeller die Zahlen bringt, eher so ein kleiner Enttäuscher. Da sollte man sich aber nicht von abbringen lassen, das ist eigentlich eher eine Kaufgelegenheit für die Aktie. Meistens gewesen und gerade im Umfeld dessen, wenn der Bitcoin und die Kryptowährung wieder anziehen. Insofern sehe ich das mit eher einem lachenden Auge. Wir hatten allerdings natürlich jetzt nicht die Position, die ist jetzt hier eingeblendet mit 76 Prozent, in der Kenne mal ME6Z3Z deshalb verkauft, weil wir jetzt gedacht haben, die Zahlen werden eine Korrektur auslösen, sondern weil wir einfach hier gesagt haben, wir nehmen jetzt mal den Gewinn mit. Wenn jetzt eine Korrektur kommt, die sie jetzt gerade, das ist auch keine große Korrektur in der Aktie, muss man ganz klar sagen, ist das halt für uns auch wieder vielleicht schon so ein Nachdenker zu sagen, gucken wir mal, ob das noch ein Stück weiter zurückgeht und dann können wir natürlich auch hier wieder rein. Wir sind da aber nicht in der Hektik, weil alles, was so ein bisschen übermäßig, kurzfristig steigt, kommt auch wieder zurück. Haben wir hier immer vorgeführt in den Sendungen und aus dem Grunde sind wir da sehr geduldig, weil wir ja mit unserem Zertifikate-Depot super vorne liegen. Wir haben da überhaupt gar keine Not. Andreas hat es gerade schon gesagt, es sind ja schon fast wieder Kaufgelegenheiten bei der MicroStrategy. Wir haben ja in den letzten Sendungen immer wieder diesen Wert diskutiert, aber da gab es jetzt auch noch mal einige News, was die MicroStrategy in Zukunft plant. Genau, Michael Zähler hat auch noch Großes angekündigt. Wie gesagt, der ist auf jeden Fall weiterhin in Planung, Bitcoin zu akkumulieren. Das hatten wir immer wieder auch soweit besprochen, auch was die Bitcoin-Bank betrifft, dass er da entsprechend sich größer aufstellen möchte. Ja, und Michael Zähler oder MicroStrategy hat mit angekündigt, den sogenannten oder einen Kapitalplan ausgearbeitet in Höhe von 42 Milliarden US-Dollar, darunter eine Kapitalerhöhung, also sogenannte Anleihen, die natürlich auf den Markt kommen werden. Und entsprechend, was die Bitcoin-Bestände betreffen, aktuell knapp von 252.000, die er da hat, knapp auf 500 Millionen soweit aufzustocken. Das ist schon wirklich sehr beachtlich, diese Summe, die da erwähnt worden ist. Und im Grunde schreibt es auch hier Robin, der auch hier Bitcoin stets das Thema auch immer wieder aufgreift. Viele Grüße an dieser Stelle. Kauft also Michael Zähler im Wert von 40 Millionen Dollar pro Tag Bitcoin auf. Das ist so der übergeordnete Plan. Das ist halt genau das, was wir immer wieder besprochen haben. Er hat natürlich den größten Wettbewerb bzw. die Konkurrenz. Das sind die ganz großen Vermögensverwalter, die ihre ETF sozusagen haben. Aktuell werden also pro Tag knapp 450 Bitcoin soweit geschifft. Ja, aufgrund der, also das Bitcoin-Halfing, was ja hier eingesetzt hat. Sprich, also die Menge werden ja alle vier Jahre sozusagen halbiert oder die Bitcoin-Belohnungen an die Miner. Multipliziert man das Ganze also mit dem aktuellen Kurs, dann reden wir also hier über einen Gegenwert von knapp 32,7 Millionen US-Dollar. Und das ist schon sehr beachtlich, die Entwicklung. Mit anderen Worten, was haben wir da jetzt konkret vor? Bleibt natürlich weiterhin sehr spannend, bleibt auch weiterhin sehr interessant. Ich meine, man darf halt auch eines nicht vergessen. Microstrategy, die Aktie selbst, ist recht gut gelaufen. 290 Prozent. Vorbörslich sind wir jetzt ein bisschen wieder leicht im Plus. Das sah gestern nachbörslich ein bisschen anders daraus. Gestern sind wir mit 4 Prozent aus dem Handel raus. Und von daher unser Zertifikat, wie es Andreas gesagt hat, bleibt auf der Watchlist. Sollte es hier nochmal zu größeren Rückschlägen kommen oder beziehungsweise jetzt vielleicht sogar mal zu überlegen, nochmal was einzunehmen. ME6Z3Z. Ihr seht den Hebel. Sehr konservativ. 1,18. Reicht voll und kaum aus. Man hat ja auch gesehen, wie es hier oben auch angezeigt wird. Hier haben wir unser Zertifikat mit 76 Prozent über mehrere Wochen und Monate, wo wir es gehalten haben, auch eine ganz gute Performance erreicht. Zwei andere große Firmen haben noch Zahlen gebracht. Und zwar sind das Microsoft und Meta. Da wolltet ihr unseren Zuschauern nochmal kurz ein Update geben, wie die Zahlen ausgefallen sind und wie auch die Aktien darauf reagiert haben. Ja, also die Meta-Zahlen sind eigentlich, finde ich, relativ gut ausgefallen. Der Umsatz lag leicht über den Erwartungen. Und der Gewinn pro Aktie hat auch deutlich die Schätzung übertroffen. Das kleine Problem, was es gab, war einfach die Prognose. Und das lässt sich im Prinzip auch relativ einfach erklären. Alphabet hat ja am Vortag praktisch die Flöcke eingehauen. Und die waren ja schon sehr groß. Und nun hat man natürlich erwartet, dass Meta, die ja unmittelbar mit der Alphabet-Aktie erstmal noch ein kleines Stück nach oben gelaufen ist, dass sie das natürlich noch ein bisschen übertreffen. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich vom Cycle her. Das ist für die Meta dann aber kein, aus meiner Sicht, großer Nachteil. Ich denke, die Aktie ist sehr gut gelaufen, so wie sagen wir das jetzt auch für andere. Was jetzt hier schon gesagt hat, die ist rund 68 Prozent im Plus. Dieser kleine Rücksetzer, den wir jetzt hier sehen, der könnte durchaus eine Gelegenheit sein, reinzugehen. Man muss aber natürlich jetzt keinen Rush haben. Wir haben ja die Präsidentschaftswahl, wir haben dieses Risk-on-Erlebnis sozusagen. Wir sehen es auch schon ein bisschen in den Technologiebörsen und auch überhaupt an den Börsen, dass jetzt Zurückhaltung so ein bisschen stärker wird. Aber ich sage mal, Meta gehört sicherlich auf die Kaufliste der Institutionellen zum Jahresende hin. Samir, wie siehst du das bei der Microsoft ähnlich? Ja, also auf jeden Fall bei der Microsoft und als auch bei der Meta sind natürlich ganz große Giganten. Gehören ja letztendlich zu den, ich sage mal, Schwergewichten mit dazu. Das sind Werte, die wir auf jeden Fall auch noch weiterhin auf dem Radar haben. Also die Zahlen waren, wie gesagt, bei Meta recht gut gewesen. Werfen wir auch noch mal einen Blick zu Microsoft, was die Zahlen betreffen. Gewinn pro Aktie von 3,30 Dollar, übertrifft hier die Analysteneinschätzung von 3,08 Dollar. Und der Umsatz ebenfalls belief sich knapp ab 65,6 Milliarden US-Dollar und übertraf ebenfalls die Schätzung knapp von 64,4 Milliarden US-Dollar. Klar sind das natürlich Aktien, wenn die wieder deutlich zurückkommen sollten, die man hier auf dem Radar haben sollte, wo man sich möglicherweise auch wiederhin positionieren kann. Und wenn wir uns das Ganze mal im charttechnischen Verlauf anschauen, ich meine, die Microsoft notiert immer noch unter den Rekordhöchstständen von knapp 470 US-Dollar. Aktuell sind wir knapp bei 432. Das sind roundabout knapp 10 Prozent Luft nach oben. Muss man beobachten, ob wir jetzt schon reingehen oder noch in dieser Berichtssaison. Wir kriegen ja heute nach Börsenschluss auch noch ein paar spannende Zahlen von Apple und von Amazon. Das können wir dann auch noch mal kurz in diesem Zusammenhang genau mit einblenden. Also nicht nur wichtige Zahlen, sondern auch wichtige Daten, die wir haben. Wir haben beispielsweise auch die Kerninflationsdaten, die heute rauskommen. Alles eine Stunde früher. Genau, eine Stunde früher. Deswegen werden wir schauen, dass wir heute um 13.15 Uhr die Sendung planen, statt 14.15 Uhr, damit wir auch die Inflationsdaten so ein bisschen abholen können. Ja, und das sind halt, wie gesagt, also vorbörslich haben wir auch hier noch mal einiges. Also wir haben die Shell, wir haben die Linde, wir haben die Uber, wir haben Mastercard, die noch ihre Zahlen bringt. Und Intel bringt auch Zahlen. Genau. Dann haben wir noch nach Börsenschluss, das wird auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Apple, Amazon, genau, Intel, wie du sagst, nach Börsenschluss bringt auch noch mal die Zahlen. Da wird es auf jeden Fall recht spannend. Aber man darf halt eines nicht vergessen, Boris, vieles ist ja auch schon bereits mit eingepreist. Das haben wir jetzt bei den Entwicklungen der einzelnen Aktien gesehen. Und klar, wenn die Zahlen dann rauskommen, ja, buy the rumors, sell the news, sell the facts, ja, dann nimmt man halt mal Gewinne mit. Dennoch bleiben das auf jeden Fall spannende Kandidaten, die man auf jeden Fall auf dem Radar haben muss. Dazu gehört eine Microsoft, dazu gehört eine Meta. Und gerade diese Schwergewichte sollte man auf dem Radar haben. Und ganz besonders auch die Micro-Strategy, wenn die nochmal stärker zurückkommen sollte. Nochmal, die Story ändert sich ja nicht. Es sind sogar auf der gegenüberliegenden Seite eher positive News. Und deswegen werden wir die Werte weiterhin stark beobachten und nach Bedarf dann auch kaufen. Und dann auch mitteilen, wenn wir dann entsprechend uns positionieren. Liebe Zuschauer, wie seht ihr denn die Entwicklung von der Micro-Strategy? Und auch, was sagt ihr zu den Zahlen von Meta und Microsoft? Schreibt es uns hier gerne in die Kommentare. Außerdem wollte ich euch einladen, heute um 11 Uhr bei uns bei Märkte und Trends auf unserem YouTube-Kanal. Um 11 Uhr, Märkte und Trends XXL, der Schlagabtausch. Und zwar hier bei uns hinten auf dem Trading-Floor. Dort werden wir uns Volkswagen, DAX, Gold, Euro, S-Dollar, Brandöl und die Kerninflationsdaten, beziehungsweise ein paar Informationen dazu nochmal mit an euch weitergeben. Heute bei uns auf unserem Kanal ist jetzt eben gerade auch eingeblendet um 11 Uhr. Seid auf jeden Fall mit dabei. Samir, da ihr gerade schon dran gewesen seid, wir nehmen nochmal die Robinhood mit rein. Dort gab es einen Rücksetzer. Ihr habt die Robinhood in den letzten Monaten immer wieder thematisiert gehabt. Einmal habt ihr euch ziemlich geärgert, dass ihr sie nicht mit aufgenommen habt. Wie seht ihr denn die Robinhood aktuell? Und durch den Rücksetzer ist es vielleicht dann doch auch wieder eine Kaufchance für euch? Genau, also da ist uns leider der Wert etwas weggerannt. Vor einigen Wochen oder Monaten, wo wir das schon praktisch auf der Watchlist hatten. Jetzt haben wir die Zahlen soweit bekommen. Robinhood, wie gesagt, nach Börsenschluss ebenfalls die Zahlen soweit präsentiert. Umsatz 637 Millionen. Verfehlt die Erwartung von 650 Millionen. Gewinn je Aktie war also 0,17 Dollar. Verfehlt ebenfalls die Erwartung von 0,18. Sehen wir jetzt aber nicht so dramatisch. Auf jeden Fall bieten sich wieder gute Gelegenheiten an. Ich glaube Robinhood vorbörslich dürfte leicht im Minus sein, wenn ich das gesehen habe. Vorhin sagtest du, ich glaube, minus 6 Prozent. Oder 6, ja genau, sogar 6 Prozent, Entschuldigung, ein bisschen sogar mehr. Genau, MicroStrategy war sogar zwischenzeitlich ein bisschen leicht im Plus. Also Robinhood auf jeden Fall für uns weiterhin sehr interessant. Und genau, vielleicht können wir das dazugehörige Zertifikat ja nochmal mit einblenden. Da ist es. Genau, ein Watchlist-Kandidat ist natürlich bei uns auf dem Radar. Wenn jetzt hier die Aktie nochmal vielleicht die nächsten Tage deutlich zurückkommt. Oder vielleicht sogar heute, weil die Story hat sich ja auch nicht geändert. Zahlenwerk, wie gesagt, okay, ist jetzt ein bisschen schlechter ausgefallen als erwartet. Martha Gustav 8, Siegfried, Theodor Ulrich, Hebel 2,3. Und da planen wir natürlich ebenfalls auch einen möglichen Kauf, den wir hier soweit vorbereitet haben. Und auch schon vor einigen Wochen auf dem Radar haben. Was anderes, was ihr vorbereitet habt, ist das Brandöl. Und gestern, beziehungsweise auch vorgestern, ihr habt euch bisher noch nicht entschieden einzusteigen. Ihr habt doch immer wieder gesagt gehabt, dass ihr kurz davor seid, eine weitere Position im Öl mit aufzunehmen. Genau, wir haben ja gesagt, dass wir erwarten, dass die Ölentwicklung nach der Wahl möglicherweise wieder sich umkehren wird. Jetzt gibt es natürlich auch immer noch den Notenbank-Effekt direkt nach der Präsidentschaftswahl am 7. November. Wir haben ein Zertifikat hier laufen, das ist die Kenma VX4 AGJ, das mit einem sehr kleinen Nebel mit 2,51 ausgestattet ist. Die K.O.-Schwelle liegt bei 43,59 US-Dollar, das ist sehr, sehr weit weg. Der aktuelle Preis liegt ungefähr bei 72 US-Dollar. Und das Zertifikat ist momentan mit 4% im Minus. Wir waren schon häufiger in diesem Zertifikat unterwegs, auch erfolgreich. Wir sehen das Öl jetzt bei uns hier auf dem Monitor als Chart einmal und wir sind der Überzeugung, dass wir unmittelbar auch nach diesen beiden Events nächste Woche eine Action der chinesischen Notenbank sehen werden. Und auch wieder der Regierung, die müssen natürlich diesen Abstand wieder da verringern zwischen dem Yuan und dem US-Dollar. Und das wird sicherlich auch das Ziel haben, die Nachfrage in China wieder etwas hochzubringen. USA kommen noch mit dem möglichen Wahlergebnis dazu. Und das könnte sein, dass das Öl dann relativ rasch wieder in den mittleren Bereich, so zwischen 76 und 78, vielleicht sogar Richtung 80 Dollar läuft. Heute um 11 Uhr wollt ihr ja auch nochmal mit den Händlern hier auf dem Tradingfloor das Öl ein bisschen diskutieren. Euch nochmal verschiedene Meinungen halt mit einholen. Und das lohnt sich auf jeden Fall dort mit einzuschalten. Dann sind wir aber auch mit der heutigen Sendung am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch beiden und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Es geht weiter um 11 Uhr, wie gerade schon angekündigt, auf dem Tradingfloor mit Märkte und Trends XXL. Aber halt auch um 14.15 Uhr Märkte und Trends Teil 2. Dort werden wir bei uns auf dem Kanal euch Informationen geben über den Oktober. Kurz ein Recap machen, wie der Oktober gelaufen ist. Auch in Bezug zum Bitcoin. Dann reddet es mit am Start. Robinhood, Palantir und sollte sich in der Ölposition was getan haben, erfahrt ihr das dann auch bei uns um 14.15 Uhr. Märkte und Trends Teil 2 bei uns auf dem Kanal. Wir freuen uns auf euch. Bis später. Bis später. Ching. Tabii. Vielen Dank.